Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, hat mich wieder für euch in The War of Fiend unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so eine kleine Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir hier in Tanares beim Geburtstagsevent abschließen können. Und zwar befinde ich mich vor der Höhlen der Zeit in Tanares auf den Koordinaten 66, 51 und hier wollen wir uns jetzt zwei Achievements beim Event anschauen, und zwar ist das aktuelle Event Geschichtenzeit und da haben wir zwei Erfolge und zwar haben wir einmal das Achievement hier auf den billigen Plätzen, da müssen wir auf die Geschichten reagieren und zwar insgesamt 50 Mal. Und das zweite, was wir noch haben, ist begeisterter Zuhörer und dafür müssen wir alle drei Geschichten einmal anhören. Wie funktioniert das jetzt? Alle Viertelstunde gibt es hier ein Ereignis, also um Punkt, um Viertel nach, um 30, also um halb und dann um 45. Und dann geht es wieder von vorne los und es ist anscheinend so, dass immer um zur vollen und zur halben Stunde das Geschichten-Event ist. Hier ist es so, dass es immer verschiedene Geschichten gibt und ihr müsst hier einfach die drei, vier, fünf Minuten rumstehen, dann gibt es quasi immer einen Abschluss einer Geschichte. Die sind random, sind auch teilweise bei den Servern unterschiedlich und ja, wenn ihr alle drei Geschichten gehört habt, dann habt ihr das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Fürs andere müsst ihr auf die Geschichten reagieren und da habt ihr immer so einen Extra-Button, den ihr drücken könnt, dass es meistens irgendwas erzählt, ja und das ist traurig, dann könnt ihr quasi so ein trauriges Emote machen, indem ihr auf einen Extra-Button drückt. Dann könnt ihr irgendwie auch jubeln oder irgendein Obst schmeißen, das könnt ihr dann öfter klicken. Die sind immer nur ganz kurz da, also ihr müsst ein bisschen aufpassen, was er so erzählt und wenn dann der Extra-Button aufploppt, dann schnell den Extra-Button klicken. Das müsst ihr 50 Mal machen. Während einer Geschichte kriegt ihr schon, ja, wenn ihr gut seid, fünf bis zehn kann man schon zusammenkriegen. Also ihr müsst es auf jeden Fall ein paar Mal abschließen. Und wie gesagt, sobald ihr dann alle drei verschiedenen Geschichten gehört habt beziehungsweise hier mit 50 Mal den Extra-Button reagiert habt, habt ihr eure Achievements zusammen. Genau, ihr seht auch übrigens immer, was als aktives Event ist hier oben beziehungsweise was als nächstes kommt. Das wird auch angezeigt, beziehungsweise seht ihr es auch, wenn ihr hier über den Ballon rüberfahrt. Da seht ihr hier das Geschichtenzeit vom Lernsucher Joe. Gut, das war es eigentlich soweit. Als kleinen Extra-Tipp kann ich euch noch geben, wenn ihr wie ich mehrere Accounts habt, könnt ihr das auch parallel machen und dann halt auf den mehreren Accounts gleichzeitig drücken. Das Achievement ist Battle.net-Account gebunden. Heißt, ihr könnt auch auf verschiedenen Twings, wenn ihr hier gerade unterwegs seid, jetzt können wir zum Beispiel wieder drücken, könnt ihr auch auf verschiedenen Twings den Balken auffüllen. Das seht ihr immer in diesem blauen Rahmen hier oben oder dieser blauen Überschrift, dieser Unterlegung. Wenn das der Fall ist, dann ist das immer ein Achievement, wo ihr mit allen Shares dran arbeiten könnt. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich fliege jetzt nochmal kurz hoch, dass ihr seht, was los ist. Also eventtechnisch haben wir das quasi hier in der Ecke. Es gibt noch zwei weitere Events. Einmal diese Transmog-Bühne und dann einmal das Mounting. Und ihr seht, Moderausch ist jetzt das nächste Event. Das steht jetzt oben schon dran und das ist dann um Viertel nach. Gut, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video heute wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.